Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Splatoon 3. Heute mit Krabbenschere rein. Heute haben wir Spaß im Krabbepanzer. Den Krabbepanzer habt ihr glaube ich beim Splatfest, was ich letztes Mal hochgeladen hatte, also beim ersten. Das zweite habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, noch nicht hochgeladen. Da habt ihr den gar nicht so wirklich gesehen. Der kann so ganz normal in eine Richtung schießen. So richtig Splatling mäßig, wenn man gedrückt hält. Und der kann auch noch so Raketen verschießen. Außerdem kann der jetzt schon so eine wunderschöne Kugel werden. Das Tor möge sich öffnen. Ja wie ihr seht, dreht er sich halt wirklich sehr langsam. Der Endboss! Wartet, ich habe mein Thumbnail für heute gefunden. So, jetzt habe ich mein Thumbnail. Oh, er kann doch angreifen. Er kämpft sogar. Ich muss da oben drauf. Hier ist Müll! Oh, ja das hat ja super geklappt. Na, ich trecke meine ganze Linie, falls ich nochmal runterfalle. Ich habe mein Thumbnail. Ich habe mein Thumbnail. Ja. kein Gegner. Oh, die Teile sind geschützt, deswegen kann ich denen keinen Schaden machen. Kann ich danach kurz da stehen? Scheinbar. Nicht. Außer ich mag mich mit Raketen anlegen. Aus! Bestimmt oben drauf auf dem Kopf, gibt's noch was. Komm, steck den Arm mal. Okay, ich soll mit dem Arm nach oben sogar. Wie es scheint. Komm. Dann streck den doch mal aus. Oder hab ich's schon vermasselt? Nee. Bin einfach nur am Patschenpunkt. Wee! Wee! Er schmeißt mich was runter Da rechts ist bestimmt was Der Krabbenpanzer ist nicht so einfach zu steuern Ich warte bis der wieder hochkommt Und dann will ich darüber Das ist bestimmt In Belohnung für mich Da ist das Secret Das ist das Secret Ending Zeig ich doch Jetzt nicht runter wollen Easy Leute Easy Oh Extra Money Oh hallo Möschst du denn hier Nummer 1 Ach du gibst mir ein paar Fischeier Ist aber nett von dir Anki So habe ich ihn genannt Anki hat mir schon ein bisschen was gefunden So da sehe ich ein Level Oh mit dem Profiklexer und der Klecksbombe Schau und Schalter ist die Mission Okay Der ganze Block hat sich einfach verdünnisiert Was fällt ihm ein Was fällt ihm ein Okay Ist sehr easy Die Waffe ist echt schnell leer Lock aktiviert Wir reden nicht drüber Ich war zu früh Ich bin 9 Ich bin 9 Punkte Oh wieder ein Knopf zum aktivieren Ihr könnt mir gar nichts Da war der Knopf unten Bestimmt oben drauf Ich werfe lieber die Klecksbombe Tschüss Ha Das war einfach Bin ich ja wieder am Anfang Bin ich ja auch richtig Ah da ist auch noch ein Knopf an der Decke Jetzt kann ich auch noch da drauf achten Wo muss ich jetzt auch noch die Decken absuchen Überall Ich glaube das ist anders beabsichtigt Das Teil Das muss ich glaube ich mit einer Klecksbombe treffen Was soll ich denn damit Ich glaube dass das hier auch ein Knopf ist Und man den von unten irgendwie drücken muss Ja Das habe ich gerade eben einfach nicht gesehen Guckt jetzt ist nämlich die Brücke auch hochgefahren Das war der Fehler Ich habe vergessen da unten den Knopf zu drücken Deswegen hat sich das nicht weiter bewegt Und deswegen habe ich jetzt gerade so lange gebraucht Ich war einfach zu doof mal von unten zu gucken Also war klar da ist der eine Block da was sein muss So Warn an allen Ecken und Enden Mit dem Fernblaster Oh das ist eine gute Waffe Und mal ein Weiß Glaube ich Irgendwann so ein ganz helles Blau Oh Muss Spaßer mit der Tinte sein Wartet mal Wir starten dann nochmal neu Weil jetzt weiß ich ja Dass ich keine Tinte verschwenden darf Okay Ich überlege gerade Wie kann man das am allerbesten machen Ich glaube am besten wäre Wenn ich die Schalter da ganz hinten rechts Gleichzeitig aktiviere Irgendwie Nee am besten wäre der hier gewesen Guckt Okay Jetzt muss ich auf jeden Fall Das Teil treffen Nee Kannst du in Ruhe und Frieden mal leben Da war Timing wichtig Und ich sehe schon Das Teil aktiviert sich ans halbe Für mich auch das Ende Okay Okay das war eine interessante Challenge Wir haben mittlerweile echt viel hier unten abgegrast Erstmal direkt durchfallen Man kennt es Hier ist doch bestimmt was Was ich mir sogar noch leisten kann Wow Nur dafür? Nee Oder? Hier muss doch was sein Jetzt nur damit ich von hier aus da hochkomme Ernsthaft spiel? Oh Ein Antovium Das muss ich von der anderen Seite machen Wie viel haben wir denn jetzt schon hier? Sechs Missionen Sechs haben wir schon abgeschlossen Dann würde ich sagen Eine machen wir noch Aber nicht Die Hauptmission Sondern Die dort Zusammen mit Dem hier Beim nächsten Mal Das machen wir beim nächsten Mal Die Fragezeichen Komme ich da überhaupt hin so? Nee Aber darüber Komme ich da hin Laufens wäre leicht gemacht Die 96er Galleon Mit der Körlingbombe So Ich muss diesmal nicht an allen Ecken sparen Binde durch das Labyrinth Die Welt Die Welt hier sieht Sehr geil aus Die Galleon Die macht sehr gut Strecke Ich weiß wie man durchs Labyrinth kommt Einfach von oben So kommt man am einfachsten durch Leute Geht halt einfach auf das Labyrinth Die Körlingbombe ist hierfür echt geil Weil die kann ich hier so um die Ecken schicken Irgendwie muss man das Fenster hier schließen Nach der Körlingbombe Sie braucht sehr sehr viel Tinte Warum soll ich da mal rum Wenn ich einfach oben drauf klettern kann Das sage ich dazu Bei denen ist es einfacher Wenn man den Boden irgendwie Ferben kann Unter denen Dann können die sich nicht mehr so wehren Okay Was genau soll ich jetzt hier finden Einfach alle Gegner Wie soll ich denn An die Einen Dosen Drankommen Also an die Dose Da hinten Ohne mich selbst umzubringen Am besten Ernst gemeinte Frage Soll ich einfach so einen Lacksprung versuchen Ne Selbst wenn ich Direkt Gegenlenke Das klappt nicht Das klappt nicht Wie kommt man da dran Das interessiert mich jetzt Brennt Das sehen Ausgang Den habe ich ja schon gefunden Da auf der Seite Dasselbe Spiel Wie soll man dran kommen Keine Ahnung Wow Ah so kommt man da dran Damit wäre das Rätsel gelöst Ach und deswegen hat man auch vorher die Curling Bomben wahrscheinlich genutzt Damit man hier besser hochkommt Das ist ein doppeltes Labirant So hier komme ich ja jetzt easy dran Dasselbe einmal auf der anderen Seite Wenn da nicht gerade Was im Weg wäre Okay Das ist ein cooles Level Kiste habe ich gar nicht gesehen Aber ich finde es cool So kommt ein bisschen Interessante Mechanik in das Spiel Wenn sich die Map drehen kann Tut mir leid Dass die Folge vielleicht ein bisschen länger heute geworden ist Aber ich wollte noch ein weiteres Level hier reinpacken Ja Leute Hier ist dann aber auf jeden Fall erstmal Schluss für heute Ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem heutigen Video Wenn ja Kennt ihr ja den Drill Ein Like Ein Abo Und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss